Guten Morgen. Sie sind? Selma und Georg Kornitz. Guten Morgen. Guten Morgen. Sie sind ein bisschen spät. So. Deine Nummer ist die 126. Kannst du dir das merken? Ja? Und für dich? Die 127. So. Vielen Dank. Schau mal, jetzt auf den Koffer kommt dann auch noch die Nummer? In England kannst du endlich wieder zur Schule gehen. Okay. Gott wird helfen. Liebe Eltern, Sie dürfen nicht mit auf den Bahnsteig. Die Polizei erlaubt das nicht. Wir bringen Ihre Kinder an den Zug. Bitte verabschieden Sie. Danach kommen bitte alle Kinder zu mir und wir gehen rüber an den Zug. Das ist mein Großer. Komm her. Ich will nicht mehr fahren. Ich soll hierbleiben. Das ist gleich bei uns. Das wird alles gut. Wir kommen bald nach. Du bist mein Großer, oder? Ja, Papa. Okay, gib mir noch einen Koffer. So. Noch so wie noch? Komm mal her, ich will. Ich stehe mir noch mal kurz hoch. Ich habe zwar deinem Bruder gesagt, er soll auf dich aufpassen. Dann passt du auf mich auf. So. Tschüss, Papa. Alle Kinder jetzt in diese Richtung, hinter mir her. Langsam. Ich bin fast. Scheiße. Alle Kinder in die Züge. Na Selma, Mama und Papa. Ihr beiden kommt jetzt. Da, in den Zug. Kommt. Schneller. Komm hier. Hey. Setz doch nicht. Papa. Papa. Nein. 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 Papa. 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 Sechert. Papa. Papa. Geöck. 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 Papa. Papa! Habt ihr einen Platz? Selma auf! Selma! Setz dir gut! Komm! Ich wohne raus! Seid vorsichtig! Wir kommen bei den Nerven. Wir stellen die Treppe. Pass auf Selma auf! Papa! Pass auf Selma auf! Papa! Papa! Wir kommen nach! Richard! Papa! 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 Papa!